Moin zusammen und willkommen zurück zu unserem Wireshark Tutorial hier. Heute wollen wir uns ganz kurz angucken, das ist ein relativ kurzes Tutorial, nur wie man eben speichern und laden kann. Das hat den Vorteil, ihr könnt natürlich Sachen aufzeichnen und wann anders analysieren. Ihr könnt lange Zeit lang aufzeichnen, zum Beispiel über Nacht oder sowas und dann speichern. Oder ihr könnt von anderen Leuten den Traffic analysieren oder was natürlich sehr sehr wichtig ist, ihr könnt zum Beispiel ein Gerät hinter den Router stellen, dort aufzeichnen, dann analysieren bei euch an eurem Rechner, wo ihr viele, viele Analysewerkzeuge habt oder sowas. Ihr habt auf jeden Fall eine Persistenz drin, das heißt ihr müsst jetzt nicht irgendwie jetzt damit fertig werden, euer PC kann abschmieren und alles drum dran. Ich glaube ich muss euch eigentlich nicht den Vorteil von speichern und laden erklären, das dürfte eigentlich schon fast klar sein. Und dazu gehen wir hier einfach auf Datei, speichern oder speichern als und dann gehe ich hier in den Ordner Home, Morpheus, Toots, Wireshark und dort werde ich das Ganze jetzt einfach als, keine Ahnung, Hacking Challenge, weil ich die ja angewählt habe, einfach mal als das speichern. So, wir haben jetzt hier die Option, wir können sehr sehr viele verschiedene, ich mach das mal hier hoch, sehr sehr viele verschiedene Dateitypen auswählen. Aber eigentlich die normalen Dateitypen, sage ich mal, sind PCAP, das ist eigentlich hier PCAP, PCAP und so weiter und so fort und PCAP-NG. Und PCAP-NG ist sozusagen einfach nur die neuere Version von PCAP, das heißt ich würde euch einfach empfehlen mit PCAP-NG zu arbeiten, aber wenn ihr sehr sehr alte, vielleicht noch andere Network Traffic Analyzer, sowas wie, keine Ahnung, sehr alte Version von Wireshark oder sowas noch irgendwo verwendet, dann solltet ihr PCAP benutzen, zum Beispiel über TCP-Dump nutzt manchmal noch PCAP, aber normalerweise solltet ihr hiermit eigentlich gut dastehen, das heißt einfach PCAP-NG benutzen und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr irgendwann mal Schwierigkeiten damit habt, PCAP-NG in Wireshark laden und dann als PCAP wieder speichern, das heißt hier sollte eigentlich kein Problem entstehen. Wir speichern das Ganze jetzt einfach mal und jetzt können wir theoretisch Wireshark zu machen, mach jetzt einfach mal STRG-W, das macht genau das hier und ich kann hier natürlich wieder meine Session öffnen und landet dann natürlich direkt wieder hier. Achtung, eine Sache müsst ihr dabei wissen, wenn ihr jetzt nicht speichern könnt oder sowas, dann liegt das daran, dass ich hier die aktuelle Session noch am Laufen habe. Die Session muss beendet sein, also nicht mehr tatsächlich am Aufzeichnen sein, damit ihr auch wirklich speichern könnt. Und ja, das ist eigentlich jetzt schon alles zu speichern und laden, ganz klar, damit kann man halt super gut einen Austausch machen, man hat gleich alle Informationen, und natürlich für mich für die Hacking-Challenges ist es auch ganz wichtig, dass ihr wisst, wie man solche Dinger lädt. Wunderbar, es gibt natürlich hier auch über Datei öffnen die Möglichkeit sowas zu öffnen, das heißt ihr müsst sie nicht schon da stehen haben sozusagen. Okay, das war's von meiner Seite schon wieder, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao! Ciao!